Muss ich als Dachdecker eigentlich schwindelfrei sein? Gibt es bei der Polizei eine Mindestgröße? Darf ich auch Pilot werden, wenn ich eine Brille trage? Was ist denn ein absolutes No-Go für meine Bewerbung? Was gehört in meinen Lebenslauf? Darf ich im Vorstellungsgespräch lügen? In welchem Beruf verdiene ich denn am meisten Geld? Wieso sollte ich überhaupt eine Ausbildung machen? Und welcher Beruf ist der richtige für mich? Antworten auf all diese Fragen und noch viele weitere Facts rund um das Thema Ausbildung findest du auf unserem Kanal von Ausbildung.de Abonnier uns doch einfach und erfahre so regelmäßig alle News aus der Azubi-Welt In der Zwischenzeit kannst du dich auch mal auf Ausbildung.de reinklicken